hallo nein da nicht das da jetzt da wird ich muss aufpassen bei den ganzen mittel dass ich selber nicht mehr in der schule sagen ich sage wenn er kommt eine werte das sind meine englische lehrer zu erkennen warum ich das immer benutzer wie viele monster 92 hält sich in grenzen so lange es einfache monster sind mal gucken wir sind ja immerhin schon im zweiten level jetzt erst der ist kein secret ist ja unfair einmal rüstung wisst du was kommt dem weibach mit ist ja immer nur hunderter die aufheben bringt nichts die können höchstens bloß noch später erweitern so jetzt zum beispiel auch schon wieder diese textur ich liebe diese textur und ich weiß ich muss unbedingt mal nachgucken ob es diese auch in vanilladum gibt es mir ist diese so eine textur ist mir noch nie aufgefallen vor allem die ist auch sehr sehr unscharf das dürfte also eine costume texture sein ich wollte ich da jetzt schon runter dass wir gucken ob wir noch andere sachen sind die ging es doch noch in einer richtung weiter oder ja genau dann ist noch weiter ich muss auch noch weiter also wir sind sie sind von mir weggedreht habe ich gerade schon gefragt warum sie nicht reagiert haben ach wir sind hier ist der autobüro gerade runter da da waren wir gerade drauf da gut dann gehen wir noch nochmal hoch wir gehen da noch mal hoch wir gehen da noch mal hoch kann nämlich sein dass man jemand überqueren einen ein etwas triggert was ich jetzt gerade nicht getriggert habe geht ja leider nur beim gute boom wo wo ich hallo souls aber ich weiß nicht wo ach das ist ein gitter lecker am arsch und noch ein pinkie hoffentlich geht das nicht drunter ich höre was und das ohne dass ich was sehe das gefällt mir nicht ich höre noch mit der mit dem rumtrampen ja das war so unfair aber leider auch so klar hätte ich endlich darauf kommen müssen dass ich in der falle sein könnte ein weg sehr nett ach da hier hier ist immer noch kein ach du scheiße nein los geht mir doch alle am buggel runter hier auf er ist ja wo 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 ein sequent ach so hier ich wollte gerade sagen wieso es auf der seite was aber wahrscheinlich nichts ähm gut ich geh lieber wieder hier lang Lava ist ein bisschen zu riskant darum zu robsen oh nein oh Gott alter noch mehr sieht das mal ruhig aus mal gucken auf der seite hier ob hier bis ja zu spät gesehen oh alter das war hintereinander ist das mies da ist ne Unterführung haben wir ein 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 fucking no so wow fuck ich auch immer genau rein renne oh nice gefällt mir glaube ich gut das war das war das war das war das war echt rückung ja alter scheiß sonne der jahr vor allem ist es immer so grün jetzt durch diesen schweißanzug noch weniger es ist ja schön dass draußen wieder helfen ok aussieht gar nicht ich sehe gerade gar nichts mehr aber ich kann so nicht solle öffnen das funktioniert doch ich sehe jetzt wieder was es ist noch ganz so spielte sich garantiert auf so einer alten konsole einfach nur noch so 16 farben aber ich erkenne wieder ein bisschen was ich meine der kontrast ist aber ich sie zumindest ein bisschen ich erkenne sogar geht er doch so kommt das spiel interessant hoffentlich sieht man später wirklich in aufnahme nicht mehr sollte verschwindet wieder sehr schön wo auch noch mehr ja ist so viel kann Kann es noch mit dem wieder dunkler sein, draußen? Ah, ja, der Anzug ist weg! Ah, jetzt bin ich doch gleich viel besser. Ah, sehr schön, sehr schön, okay, jetzt können wir wieder was erkennen. Hier ist eine Tür. Äh, Knopf. Schalter. Ah! Falle? Nein, keine Falle. Boah! Ich dachte, das wäre ein Secret, aber es ist ja scheinbar ein Typ, wo ich sowieso... Ach so, ja, ich bin gleich am Ausgang, am Eingang. Gibt es noch was? Wie viele Secrets gibt es denn eigentlich? Vier! Also zwei habe ich. Scheiße, Alter. Da kann ich jetzt gar nichts machen. Da haben wir ein Secret, da haben wir ein Secret. Ah, ansonsten hätte ich keine Secret zu erkennen. Von daher... Doch, da könnte es ein Secret sein. Und hier könnte auch noch ein Secret sein. Ah, okay! Wir sind wo? Wir sind da. Dann gehen wir mal direkt in die Richtung. Na komm. So, hier könnte auch noch ein... Ach ne, war nur... Offene... Offene Ding. Sooo... Hier sind wir... Ja, hier, locker. Sieht man doch. Hier ist so... Da sieht man hier dieses grünliche und hier ist es so blank. Aber es geht nicht auf. Oder ist das ne Falle? Da ist ne garantiert Monster drinnen. Ihr Schweine! Ah! Ah! Okay, war beides richtig. Das war ein Secret und da war ein Monster drinnen. Auch ne. Noch mehr. Na? Ah! Anzug Extreme! Achso, da muss ich dann durch. Na gut, gucke ich mal, ob hier noch was ist? Ne? Na gut, dann kann ich ja durch. Schalter. Achso, hier ist ein Weg. Hä? Wieso brauche ich denn einen Anzug, wenn hier ein Weg ist? Oh, jetzt habe ich einen Anzug verschwendet. Ist ja auch nett. Ich höre los, Soils. Was? Ach so, die sind. Ups. So, wieder. Schlimmer Fehler, die Geräusche von den beiden zu verwechseln, ist ein schlimmer Fehler. Feinde nicht zu hören, äh, Feinde nicht zu hören, ist ja das eine. Aber Feinde zu hören und sie dann nicht als Feinde wahrzunehmen, ist was ganz anderes. Das ist richtig facken dran. Das ist richtig traurig. Ah. Nett, was war das hier? Ist doch was drinne. Ja, das war drinne. Aha, sieg wird. Oh, Rocket Launcher, wenn wir die nicht schon hätten, wäre es geil. Also so ist es natürlich auch geil, aber bringt uns halt nichts. Persönlich. Aber da haben wir ja schon. Das hier? Kommt man da raus? Kommt man, äh, Moment mal, kommt man überhaupt raus? Ach so, hier. Ich schon wieder. Ich muss also hier durch. Einfach mal die Kamera halten, Mädel. Oh nein. Nein, nein. Oh, war doch klar. Das war doch so klar. Die ganze Rüstung einfach mal weg hier. Na, komm her. Fotzen, Dreckskanacke hier. Wo ist hier noch ein Secret? Oh, wow. Hier geht es jetzt rein. Ja, ich will ja gar nicht rein. Ich will noch ein Secret holen haben. Was ist das hier? Nein, ich habe nichts. Danke. So, da hinten ist noch ein bisschen Leben. Ja. Oh, Sonne ist mittlerweile wieder weg. Ach, hier ist ein Secret. Aber wie kommt er denn hier hin? Also jetzt normalerweise. Da muss es denn einen Eingang, einen Ausgang oder sowas geben. Okay, ich gucke mal nochmal ganz kurz rein. Das war hier hinten. Ah! Das ist aber kein Secret. Ne, das ist kein Secret. Interessant. Na gut. Na gut. Auf jeden Fall soll das weg. Kann man wieder ein bisschen runterstellen hier. Oh, ne. Ist doch ein bisschen so dunkel. Ah, ja, das sieht schon besser aus. So, so. Das geht wieder. Das ist so. Das ist in Ordnung. Dreck im Auge, Alter. Das ist im Let's Play. Das ist ja richtig scheiße. Ah, das sind doch wieder satte Farben hier. So sieht ein Spiel gut aus. Äh, ja. Den Anzug habe ich dann natürlich leider schon wieder verbraten. Klar. Wusste ich ja nicht, dass man den sich lieber aufheben sollte. Der lag dann so bereitwillig. Bitte nimm mich. Ich bin auch kinderlieb. Ich mach auch den Haushalt. Böck dich nieder und zieh den Rock hoch, Mädel. So. Nein, ich bin nicht so süßig. Ich drübe. Bin ich noch irgendwo rein? Irgendwie, irgendein Secret, irgendwas? Auf wenigstens was kommen lassen. Secret suchen ist mir hier. Ich meine, die Folgen sind jetzt mittlerweile noch relativ kurz. Da kann man sowas tatsächlich sogar machen. Dass man ein bisschen Zeit aufopfert, um noch ein paar Secret zu suchen. Aber das artet immer so extrem aus, weil man nicht weiß, wonach man suchen muss. Von daher lassen wir es einfach mal. Komm, komm. Komm, da. Ok, ok. Das war die zweite Map. Wenn wir uns morgen schauen, schau mit V. Ciao. Ciao. Ciao.